Hallo ihr Lieben! Wir machen heute eine Umwicklung mit diesem güldünnen Garen. Ihr wolltet wissen, wie ich das mache. Ich zeige es euch. Also aufgepasst und es geht los. Ich möchte gerne dieses güldüne Band hier nehmen. Band. Das ist so schön am Glitzern. Und möchte mir das hier so um so ein paar Strähnen machen. Ich weiß noch nicht, ob ich meine eigenen nehme oder von den Extensions. Ich denke von den Extensions, das sind diese hier, die dickeren, weil man es da einfach schöner drauf sieht. Meine sind so dünn, aber vielleicht werde ich das auch nochmal einarbeiten. Aber das mache ich dann ohne euch. Ich will es euch ja jetzt erstmal einmal zeigen. So, wir nehmen uns hier ein Band, was relativ lang ist, weil wir es in der Mitte teilen. Also nicht teilen, aber wir müssen es doppelt nehmen. So, ich glaube, das reicht. Weiß nicht, so 50, 60 Zentimeter. Das heißt ungefähr 1,20 Meter das Band lang. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lang oder kurz eure Dreads sind. Und da müsst ihr so ein bisschen gucken. Es müsste immer so ein Stückchen länger sein als der Dread am besten. Damit ihr mal so einen Anhaltspunkt habt, nicht wahr? So, wir nehmen jetzt hier mal irgendeinen Dread raus. Ich fange damit auch nicht am Ansatz an, sondern hier in der Mitte irgendwo, damit ihr das seht. Ich mache das ja jetzt nur für euch. Naja, nicht nur. Ein bisschen. So, wir nehmen jetzt hier einen Dread, wo ich gut rankomme, um euch das zu zeigen. Der hier ist prima. Guck mal. So, jetzt haben wir hier das doppelt genommen und haben diese Schlaufe. Und ich lege diese Schlaufe hier rum und ziehe die anderen beiden Enden erstmal durch die Schlaufe. So, damit wir das hier oben gleich festziehen können. Das ist hier halt auch voll einfach, ne? Das ist jetzt gar nicht das Mega-Tutorial. So, jetzt nehmen wir hier die beiden Seiten. So, legen eine weg, damit die uns nicht im Weg ist und fangen an, mit der anderen zu wickeln. Das Wichtige ist dabei, dass ihr den Dread dabei nicht dreht, sondern der bleibt so, wie er ist. Weil sonst dreht euch das nachher alles wieder auf. Und jetzt wickeln wir ein bisschen schräg nach unten. Ihr könnt so schräg, wie ihr wollt. Ihr müsst nachher nur die andere Seite anpassen. Ja, also ihr könnt entweder eng wickeln oder etwas weiter auseinander. Je nachdem werden dann halt die Kreuze auf eurer Strähne hinterher zu sehen sein. Ich nehme immer gerne ein bisschen breiter den Abstand, weil ich finde, dass das für mich schöner aussieht. Aber das könnt ihr halten wie Dachdecker und Dachdeckerinnen oder Dachdeckende. Guck mal, ganz politisch korrekt hier heute am Mittwochmorgen. Und ja, ich denke, das wird hier dann schön mit dem Gold auf den Strähnen. Und davon mache ich mir dann so ein ganz paar. Weiß nicht wie viele. Schauen wir dann mal. Wenn ich mehr habe, lasse ich es euch dann auch wieder wissen. In irgendeinem Video werdet ihr es bestimmt dann sehen. Ich gucke hier gerade auf den Spiegel, deswegen. So, jetzt sind wir hier unten angekommen, weil die Spitze möchte ich gar nicht... Sie soll meinetwegen gerne offen bleiben. Und jetzt sind wir hier unten. Ihr müsst auch immer ein bisschen halten. Das ist jetzt alles, wie es war. Hat sich nichts gedreht. Und jetzt hier wieder gut den Faden am Dread festhalten. Dann machen wir hier einen Knoten. Ich mache den so, wie ich den hier gerade mache. Ich kann den euch auch schlecht erklären. Ich bin in sowas gar nicht gut. So, und jetzt zack, festgezogen. Und jetzt nehmen wir das andere End und wickeln es in die andere Richtung um den Dread herum, damit es hier eine Überkreuzung gibt. Ach, guck mal, wie schön. Ich muss trotzdem in den Spiegel gucken, damit ich immer eine Spur behalte. Immer ein bisschen gucken unten. Das End vertüdelt sich manchmal ganz gerne mit dem Dread unten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, und ihr seht, es ist halt wirklich einfach. Und ich sag's, wie es ist, ich kann auch kein Makramee oder so. Also da habe ich gar keinen Nerv drauf. Das ist einfach so eine Fizzle-Arbeit, wisst ihr? Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, aber Dreads machen doch irgendwie auch. Ja, aber es ist was anderes. Und deswegen, Makramee mache ich nicht. So, jetzt wickeln wir hier nochmal eben weiter. Ja, ich habe ja auch noch Urlaub. Ich mache diese kleinen Videos für euch zwischendurch, damit euch nicht langweilig wird. Oder ihr denkt, mich gibt es nicht mehr. Mich gibt es sowas von. Ja, ich habe jetzt noch acht Tage Urlaub. Und dann geht das wieder los mit der Dreaderei. Ich freue mich auch schon drauf. Ich liebe meine Arbeit, ja. Hier machen wir jetzt wieder einen Knoten übrigens. So, und dann wird das alles ganz wunderbar. Jetzt ziehen wir den hier auch wieder fest. So, und jetzt machen wir einfach hier unten an die beiden Enden auch nochmal einen Knoten. Also eigentlich zwei. Das bindet ihr jetzt einfach so zusammen, so wie ihr das macht. Ich rate zu zwei Knoten. Aber dieses Band hier, weil es so sehr dünn ist, wird wahrscheinlich auch nicht wirklich aufgehen. Guck mal, ich habe zu viel Band genommen. Leider verschwendet. Vielleicht kann man davon nochmal so einen kleinen Dread machen oder so. Ja, dann schneide ich das hier ab, damit noch ein bisschen was runterhängt. Finde ich nicht schön. Vielleicht kann man hier noch einen Anhänger dran machen. Das ist auch immer ganz nett. Ja, und dann gucken wir uns das hier an. Guck mal. Und davon mache ich jetzt noch ganz viele, ganz viele Paar mehr. Und ja, guck mal, wie schön. Ach, ich finde das herrlich. Guck mal, wir gucken uns das nochmal da an. Ach. So. Toll. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr auch gelernt, wie das geht, wenn ihr es nicht eh schon wusstet. Wobei, es gab Leute, die wussten es nicht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Ich wünsche euch viel Freude beim Wickeln und beim Garn aussuchen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich mache jetzt weiter Urlaub. Und wir sehen uns ganz bald in meinem nächsten Video. Ich habe ja auch noch was vorgearbeitet für euch. Jetzt kommen die Tage auch noch weitere Beiträge. So, ihr Lieben. Alles lieber, Risha, Pfati, Ade. Bis zum nächsten Mal.